Herzlich willkommen auf der FMB in Bad Salzuflen. Wir von der Firma Hümmen präsentieren hier unsere neue Industrial Intelligence Software Smart2Eye. Es geht darum, Qualität, Profitabilität und Produktivität zu steigern, Kosten und Material zu sparen. Auf Basis unserer 130-jährigen Erfahrung im Maschinen- und Anlagenbau haben wir diese Software entwickelt. Die Digitalisierung der Produktion hilft dabei, einen Überblick über die Vielfalt der Daten zu bekommen. Mit individuell gestalteten Dashboards kann sich jeder Bediener die für ihn wichtigen Daten zur Anzeige bringen. Hier auf der FMB haben wir beispielsweise einen Farbsensor zur Anzeige gebracht, mit dem wir die LAB-Werte der Farbmessung direkt in die Cloud schicken. Eine Farbänderung lässt sich so sehr einfach anzeigen und historisch rückverfolgen. Die so gesammelten Daten werden über unseren Connect Gateway direkt in die Cloud transferiert und dort gespeichert. Mit jedem internetfähigen Gerät, ob Smartphone, Tablet oder Ihr Bürocomputer, können Sie diese Daten im Anschluss aufrufen und analysieren. Pro Gateway können bis zu 5000 Signale sekundengenau gespeichert werden und auf individuell gestalteten Dashboards angezeigt werden. Wir können Sie gerne bei der Integration in Ihren Produktionsanlagen unterstützen. Sei es Neuanlagen oder Altanlagen. Mit externer Sensorik kann man viele Dinge aufrüsten. Der Funksetzsensor, den ich hier habe, überträgt das Signal an unseren Gateway und damit in die Cloud und wird hier direkt zur Anzeige gebracht, gezählt und erfasst. Sie sehen, ein Nachrüsten in vorhandene Anlagen muss nicht schwierig sein. Mit den gewonnenen Daten lassen sich Produktionsprozesse optimieren. Beispielsweise kann ich mir den Stromverbrauch einer Anlage anzeigen und damit Standby-Zeiten oder Spitzenspannungen identifizieren und optimieren. Die Dashboards lassen sich individuell gestalten, maschinenübergreifen, anlagenübergreifen und auch standortübergreifen. Hier haben wir ein Beispiel unserer Technikumsanlage, die wir mit über 200 Sensoren und Messwerten ausgestattet haben. Digitalisierung schafft Transparenz, erhöht Ihre Profitabilität und Ihre Produktivität. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Internetseite. Vielen Dank.